Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft. In Potsdam findet unter anderem der WM-Titelkampf zwischen Meinke und Thyssen statt. Ringfrei für den nächsten großen Boxabend bei Sport 1, am 18. Mai stehen in Potsdam, ab 20 Uhr live im TV und Stream gleich 8 spektakuläre Kämpfe auf dem Programm. Darunter befindet sich auch der WM-Titelkampf zwischen Interims-Weltmeisterin Nina Meinke und der aktuellen Weltmeisterin der WIBF und der GBU im Federgewicht Elina Thyssen-Ellinson-Machine, verteidigte zuletzt im November 2017 ihre beiden WM-Titel gegen Karina Kopinska und hat seit fast zehn Jahren nicht mehr verloren. Kein Wunder, dass Primo Tannisse-Sauerland einen »fantastischen« Kampf auf hohem Niveau erwartet. Aber das ist nicht das einzige Highlight an diesem Abend, unmittelbar vor den beiden Damenboxen Patrick Wojcicki und Ronny Mittag um den IBF Interkontinental-Titel im Mittelgewicht. Sport 1 zeigt dieses Jahr 20 kampfahrende live im Free-TV, unter anderem mit Arthur Abraham und Vincent Feigenwurz. Zachenhuber gibt sein Profidebüt. Zudem dürfen sich die Boxfans in Potsdam auch auf das Profidebüt von Simon Zachenhuber freuen. Der 19-jährige Mittelgewichtler gilt als große Hoffnung in deutschen Boxen und konnte bereits einige Erfolge im Kickboxen feiern. Er ist sehr talentiert. Wenn man Simon behutsam aufbaut, kann aus ihm ein sehr guter Boxer werden, sagte sein Trainer Conny Mittermeier, der schon Teil-Rind-Zeuge zum Weltmeister machte. Sport 1 zeigt den Kampfabend aus Potsdam am Freitag ab 20 Uhr live im TV und Stream. Moderator Kai Ebel führt durch den Abend. Als Experten werden Axel Schulz und Regina Halmich ihre Einschätzungen zu den Kämpfen abgeben. Der Kampfabend am 18. Mai in Potsdam im Überblick. Kusa-Gewichte Danny Heinrich Deutschland ist Winkun, Ungarn, Supermittelgewicht Florian Raab Deutschland Jovica Kokot Bosnien und Herzegowina Mittelgewicht Simon Zachenhuber Deutschland Dako Stevanovic Serbien, Mittelgewicht Sven Elbe Deutschland Borislav Ligurik Bosnien und Herzegowina Supermittelgewicht XHK Paskali Deutschland Ivan Muraschkin Weißrussland live im TV auf Sport 1 Supermittelgewicht Nikonig Deutschland Thomas Bitzvoder Tschechien live im TV auf Sport 1 Supermittelgewicht Dennis Radovan Deutschland Ferenc Albert Ungarn Live im TV auf Sport 1 Mittelgewicht IBF Interkontinentaltitel Patrick Wojcicki Deutschland Roni Mittag Deutschland Live im TV auf Sport 1 Federgewicht GBU WEBF Weltmeister Titel Nina Meinke Deutschland Elina Thyssen Deutschland Live im TV auf Sport 1 Teilen Viterne Mail Kommentare Bündst Wir wünschen Sie Wir wünschen Sie